Aber Superman hat auch einen leichten Silberblick. Ach, die können leuchten, die haben ja vorne eine Lampe drin. Naja, klar. Damit herzlich willkommen zu Spielzeugjäger. Ich bin der Maddie. Ich bin der Alex. Freunde, wie soll ich sagen, heute ist eine Folge der besonderen Art und Weise. Ich möchte auch an der Stelle gleich vorweg nehmen, dass ich durch das Tal des Leidens, des unfreiwillig geduldig sein müssen, gehen durfte. Denn wir haben hier ein Paket und ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Es ist ein Mystery-Paket von einem anonymen Spender. Einige würden sagen, ich weiß, wer der Spender ist und ich weiß es auch. Jetzt kann ich es sagen. Na, warte mal ganz kurz. Das Problem ist, prinzipiell habe ich nichts gegen Pakete, die geschickt bekommen werden. Oder die wir geschickt bekommen. Das Problem ist nur, er hätte es mir ja sagen können, jetzt wo ich hier bin. Aber nein, er hat das jetzt vor anderthalb Wochen gemacht. Da haben wir uns abgesprochen, was wir heute alles drehen werden. Und da hieß es unter anderem so, naja, dann packen wir noch unsere Mystery-Box aus. Und dann machen wir da mal ein kleines Review zu. Ich so, wie, was, was für ein Mystery-Box. Und er so, ja, da darf ich nichts sagen. Das ist ein anonymer Hinweis. Ich so, hä, was soll das denn jetzt so? Und das ist genau dasselbe. Stellt euch vor, ihr geht auf Arbeit. Ihr fangt früh an mit Arbeit. Eure Freundin schickt euch eine Nachricht mit dem Verweis, wir müssen mal reden. Aber alles gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich denke, f*** dich. Ich habe den ganzen Tag jetzt nur eins im Kopf. Was willst du mir sagen? Und genau so eine Art war es auch hier. Ich habe jetzt anderthalb Wochen jeden Tag mir Gedanken gemacht, was für ein Paket. Und warum weiß ich gar nichts. Ich habe nur gesehen, er hat mir ein Foto davon geschickt. Da war auch eine Schildkröte drauf gemalt. Alles transparent. Ja, aber du dann immer, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Und damit wurde ich dann hier abserviert. Jetzt stehe ich hier, so wie ihr, und weiß gar nichts. Aber ich gehöre auch zum Team. Ja, aber ich weiß ja auch nichts. Ich weiß nur, dass du das Paket aufmachen sollst. Und da ist auch was für dich drin. Und genau, damit musste ich jetzt anderthalb Wochen Vorlieb nehmen. Ich meine, ein kleiner Hinweis wäre ja nett gewesen. Oder er hat einfach gar nichts gesagt. Dann wäre jetzt die Überraschung da. Ist doch jetzt Mystery. Du hast dich da gesuhlt drin. Willst du das auch machen? Ich weiß nicht, wer es geschickt hat. Wie bist du dich gerade so machen? Ja gut. Ja, schauen wir mal. Ich bin schon... Das wird gut. Also wenn irgendjemand nochmal so etwas vorhaben sollte, dann sorgt dafür, dass er mir gar nichts sagt. Und dann ist das auch in Ordnung, weil ich mag das nicht so... Ich finde, ich finde ein bisschen Vorfreude sollte schon dabei sein. Ja, ein bisschen Vorfreude, ja, ist super schön. Wir können es ja mal umgekehrt auch mal machen. Schick mir mal was und dann sage ich ihm so, oh ja, wir haben ein super Paket. Das Playmate Star Trek ist da abgedruckt. Aber ich weiß nicht, was ist. Ja, das wäre ja schon wieder zu viel verraten. Ich habe gar nichts verraten. Das Messer war auch mal schärfer, oder? Warte mal, kannst du das nicht mehr? Hast du jetzt ein komplettes Pulver erschossen hier? Junge, Junge, Junge. Mit solchen Leuten muss ich hier zusammenarbeiten. Das hätte ich mir auch mal anders vorgestellt. Ja, ja, wir haben uns alle etwas anderes vorgestellt hier. Gerade was das Paket anbelangt. Aber eigentlich müsstest du... Ein bisschen müsstest du ja schon... Also hier unten, das ist ein alter Schuhkarton. Als wenn das was Besonderes wäre. 45, ja, keine Ahnung, was das ist. Also, Leute, mit dem Alex geht nicht auf Rätsel-Tour. Das wird mischt. So. Marvel. Du Scheiße. Was ist das denn, Alter? Ist das alles schon? Superman. Also, ich glaube, wir haben hier extreme Bootlegs in der Hand. Ach, du Scheiße, ey. Die sehen ja übel aus, aber die können leuchten. Das ist wiederum cool. Aber ich glaube, das war es gewesen. Ich habe gesagt, es soll gut verpackt werden. Die sollten sich extra noch mal die Folge angucken mit richtig verpacken. Hier ist sogar Zorro drauf abgebildet, ja? Aber jetzt klär mich mal auf, wer... Zeug gehört mal, ja. Vor allem hier, guck mal. Ihr habt hier Val Kilmer von Batman Forever. Ich glaube, Brandon Ruth oder wie hieß der? Da haben wir heute noch mit dem Kameramann drüber gesprochen, dass das der schlechteste Superman-Darsteller ever ist. Ja, also, deswegen, Henry Cavill ist die beste Inkarnation vom Superman. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, von dem Sam Riney-Spider-Man-Film so ein bisschen so ein Artwork gewesen. Ja, und das andere, das ist wahrscheinlich auch so ein Comic. Das ist doch hier Antonio Banderas als Zorro. Als Zorro. Ich meine, wer kennt das nicht? Zorro und Batman sind eh immer gute Freunde gewesen, ne? Genau. Haben auch ab und zu mal die Caves gewechselt. Das Z in Batman steht ja auch für Zorro. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schräg. Geil ist, es ist anpanscht. Es ist noch zu. Zielt. Hier ist sogar ein scheiß Säbel da. Oder ein Degen dabei, ne? Aber am übelsten sieht der Ant-Man aus. Also der, keine Ahnung, der sieht aus. Die haben alle den gleichen Körper, ne? Ja, stimmt. Alle den gleichen Körper, nur die Köpfe sind verschieden. Spider-Man hat hier ordentlich Anabolika genommen. Ja. Ja, gut, der muss ja auch mal ein bisschen... Oder hat mit Markus Rühl hier schön Schulterheben und so gestemmt. Könnte sein. Okay, jetzt klär mich mal auf, warum kriegen wir hier diese krassen Bootlegs zugeschickt. Also, wie gesagt, ich kann dir einen Tipp geben. Das Paket kam aus Berlin. Martin Otto? Nein. Nicht? Es war der Martin Otto, der ist der Bootleg-König, beziehungsweise der Skurien Toys. Thomas Pecoraro? Nein, auch nicht. Ganz alter Freund... Matti? Ja. Ah! Ja, Matti und Claudi. Gruß geht raus an Matti und Claudi. Okay, ey. Ich glaube, das haben die im Urlaub gekauft, kann das sein? Das kann gut möglich sein, ja. Die haben gesagt, wir haben nochmal was richtig Spezielles für dich und das sollen wir als Mystery-Paket auspacken. Wir wollten die Reaktionen sehen vom Alex. Die Überraschung ist euch geglückt und Matthias, wenn du das hier siehst, ich bin mir recht sicher, dass du abfeiern wirst, weil du weißt, dass ich jetzt hier anderthalb Wochen gelitten habe, von nichts wusste. Ich habe auch mal schöne Nachrichten weitergegeben. Also, Matti und Claudi waren informiert über den Gemütszustand vom Alex. Ich würde jetzt mal Peter Venkman aus The Real Ghostbusters rezitieren in der Folge mit dem bösen Mann. Da sagte er, eigentlich hübsch hässlich. Die Frage ist, sollen wir die auspacken, sollen wir die nicht auspacken? Ich habe keine Ahnung. Die Gefahr besteht natürlich, wir packen die aus, die fallen auseinander. Weil das sieht schon ziemlich cool aus. Jetzt ist die Frage, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was damit passieren soll. Sollen wir die auspacken? Sollen wir die graden lassen? Oder was auch immer. Hast du Lack gesoffen? Warum nicht? Wir lassen die doch nicht graden. Warum denn nicht? Wäre aber ein Spaß wert, oder? Du, wenn wir das machen, dann können wir bei dieser Grading-Firma nie wieder was graden, weil die denken, ach, die lappen schon wieder. Die wollen ja wahrscheinlich demnächst die Baggerine noch graden lassen. Oder sollen wir sie auspacken und mal reviewen oder so? Keine Ahnung. Schreibt es mal rein. Es ist eure Aufgabe. Ihr entscheidet, was mit diesen Figuren passiert. Oder, Alex? Auf jeden Fall. Weil es sind ja deine. Es sind jetzt deine. Die sind von der sehr bekannten Firma Light. Da geht einem ein Light auf. Ist hier irgendwie doch so, von wo es herkommt irgendwie? Ist das noch was? Steht da was? Unten ist noch ein bisschen was drauf. Es hat sogar ein CE-Prüfzeichen. Ja, auf alle Fälle. Ist gut. Nebens drei. Also ist genau unsere Zielgruppe. Made in China. Ja. Also wahrscheinlich von der Familie Lu Chen gemacht. Ja, hier steht nur noch Superman. Ach, steht ja hier auch drauf. Superman, the Earth Protector. Wahrscheinlich heißt das ganze Team Superman. Also Spider-Man sagt, ich bin Superman. Batman sagt, ich bin Superman. Ant-Man sagt, ich bin Superman. Alle sind Superman. Aber die Frage ist, wo ist Zorro? Na, Zorro, ich, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes Pack mit Zorro drin. Das könnte wahrscheinlich sein, weil man hat ja auch noch diesen, diesen Spider-Man, also der mit dem schwarz-grünen Kostüm und Zorro. Iron Man ist ja auch nicht dabei. Könnte sein, dass man die noch dann separat bekommt. Das sind ja dann eins, zwei, drei, vier. Na gut, das geht nicht ganz auf. Schräg, schräg, sehr schräg auf jeden Fall. Aber gut, es ist auf jeden Fall witzig. Ich ehrlich gesagt möchte sie gar nicht auspacken, aber wir schauen einfach mal. Aber so von der Verpackung her sieht das noch sehr gut aus. Wenig Bestoßungen. Und man muss auch sagen, wirklich gut verpackt. Also, sag mal, ihr habt euch die Folge angeguckt, gut verpacken und habt das auch beherzigt. Also tip top. Und Alter ab drei, das heißt, ich könnte durchaus damit spielen. Ja. Aber es steht leider nicht drauf, aus welchem Jahr die sind. Aber, naja. Das kriegen wir vielleicht nochmal irgendwie raus. Claudi, Matti, danke und liebe Grüße in die Hauptstadt an der Stelle. Die Überraschung ist euch geglückt. Okay, nächstes Mal möchte ich einbezogen werden. Oder? Nein, doch. Mehr Überraschungspakete. Das war es dann mit einer sehr speziellen Unboxing-Folge hier bei Spielzeuggeger. Ich hoffe nicht, dass ihr euch an meinem Elend gelabt habt. Ich schon. Ja, das ist mir klar. Der Kameramann grinst auch die ganze Zeit, das sehe ich. Naja. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Claudi, Matti, Alter, darauf bin ich in welchen tausend Jahren gekommen. Aber ich weiß, dass Claudi mir geschrieben hat, die haben irgendwas für mich im Urlaub gefunden gehabt. Ja, sie hat ja geschrieben, die haben noch was hier rumliegen, ob sie das schicken kann. Und wir sie reviewen, beziehungsweise soll das mal auspacken. Ich sage, ja klar, kein Ding. Aber das ist so ein scheiß Bootleg-Kackes da. Das ist doch mal geil. Das sind so üble Figuren, ey. Mit Zorro drauf. Was stimmt mit den Leuten nicht, die das machen? Ich meine, jeder weiß, dass Zorro überhaupt nichts bei Superman oder Spidey zu suchen hat. Das ist doch mal geil. Bis zum nächsten Mal.